Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einem neuen Video und ihr seht es schon, es ist alles angekommen und ich habe ein neues Mikrofönchen hier vor mir stehen. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, beziehungsweise das Video, wo ich so etwas leiser gesprochen habe, habe ich schon erzählt, was ich mir alles hole, habe ich jetzt alles, hier ist der Mikrofonarm, das Mikrofon, der Popschutz und hier unten steht das Mischpult, ich versuche das mal ins Bild zu kriegen, aber ich glaube das funktioniert nicht. Ich werde das jetzt auch nicht irgendwie anheben, weil nachher gehen irgendwie die Kabel raus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, zumindest wie gesagt, ich habe ein neues Mikro und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob das Mikro gut klingt oder ob es zu laut ist, zu leise übersteuert, mehr Bass, weniger Bass, mehr Höhen, mehr Tiefen, bla bla bla. In Zukunft werden auch so Videos kommen, also nicht mehr so eine Qualität wie mit dem Ton da, der war ja wirklich schrecklich und das tut mir auch leid, aber jetzt habt ihr ja wieder einen vernünftigen Ton mit diesem unglaublichen Exemplar und ja, gut, das war das, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich noch eine Folge irgendwas auf und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag und ciao.